Hier geht's drunter drüber, alles klar. Schön, dass wir da nochmal... Okay. Ich war leider in einem Kampf verwickelt mit einem Pentas-Brüster. Ich konnte ihm sein Klasma und einen Arm abnehmen. Ich hoffe jetzt hier, dass Aurangix das fertig macht, da die Pentas-Fans sind einfach unsympathisch hier. Was die für eine Vandale verzampfen, ja.